Die Minecraft Java und Bedrock Edition sind ja zwei verschiedene Versionen, allerdings das gleiche Spiel. Trotzdem gibt es super kranke Unterschiede, die ihr unbedingt sehen solltet. Welche Version spielt ihr? Die Java Edition oder die Bedrock Edition? Schreibt es in die Kommentare. Let's go! Fangen wir an in der Java Edition mit Bridgen. Ihr kennt es wahrscheinlich alle Freunde, wenn wir eine Bridge bauen möchten, dann sneaken wir in der Java Edition ganz normal herüber und bauen uns so sicher rüber. Wenn man ein bisschen besser ist, kann man noch versuchen irgendwie entsneaken. Aber das erfordert auf jeden Fall ein bisschen Übung, was ich aktuell überhaupt nicht habe, weshalb ich es auch nicht wirklich kann. In der Bedrock Edition müssen wir einfach ein bisschen vor dem Block drücken. Ihr seht, wenn ich hier jetzt rechtsklick vormache, kann ich ganz normal die Blöcke hinsetzen. Also brauchen wir hier nicht vorsichtig spielen, sondern können einfach ganz, ganz easy die Blöcke hinsetzen und uns so von der einen Seite zur anderen Seite rüber bauen. Sogar blind kann ich das machen, obwohl, nee, blind nicht, aber es geht auf jeden Fall. Wenn wir in der Java Edition Blöcke abbauen, müssen wir diese immer einzeln abbauen. Also wir müssen Linksklick die ganze Zeit einzeln machen auf alle möglichen Blöcke. Wenn ich jetzt zum Beispiel Linksklick gedrückt halte, funktioniert das auch allerdings sehr langsam. In der Bedrock Edition können wir einfach Linksklick auf die Blöcke machen, wie auch in der Java Edition. Wir können allerdings auch gedrückt halten und können so viel, viel schneller abbauen als beispielsweise in der Java Edition. Ihr seht, bam, Alter, wie schnell kann ich mich hier zum Beispiel runterbauen mit dieser Technik? Das ist der reinste Wahnsinn. Wir sind jetzt einfach irgendwo in der Miele gelandet und hier ist einfach mal ein Schild. Da steht drauf, schaffen wir 10 Likes. Leute, lasst unbedingt nochmal einen fetten Like da, lasst auch ein Abo da für mehr. Das unterstützt mich wirklich. Also gönnt auf jeden Fall mal den Like auf Ehre. In der Minecraft Java Edition kann ich die Taste F3 und F4 drücken und dann öffnet sich hier dieses Menü, wo ich zwischen den verschiedensten Game Modes wählen kann. Zum Beispiel der Kreativ Modus, der Survival Modus, der Adventure Modus oder der Spectator Modus. Wenn ich in der Bedrock Edition F3 und F4 drücke, dann passiert einfach rein gar nichts. Das Verrückte ist allerdings, wenn ich zum Beispiel jetzt versuche, in den Game Modes Spectator zu wechseln, der existiert einfach gar nicht. Genauso wie der Game Modes Adventure, wobei, ah, doch, der existiert, das wusste ich gar nicht. Aber der Game Modes Spectator existiert einfach nicht. Also komischerweise fehlt hier der Spectator Modus, keine Ahnung warum. Und falls ihr noch irgendwelche Unterschiede kennt in der Bedrock und Java Edition, habt diese doch gerne mal jetzt in die Kommentare. Bin echt gespannt. Wenn wir uns in der Minecraft Java Edition einen Barrier Block schnappen und noch Wasser und jetzt auf diesen Barrier Block Wasser platzieren, sehen wir, ja, wir platzieren quasi über dem Barrier Block Wasser. Also wir können nicht in den Barrier Block Wasser rein platzieren. Egal wie hoch ich das Ganze mache, bam, ihr seht, es wird als fester Block quasi gewertet. Wenn ich mir in der Bedrock Edition einen Barrier Block schnappe und jetzt hier drauf Wasser platziere, seht ihr, ich kann gar nicht auf diese Barrier Wasser platzieren, sondern es wird automatisch in die Barrier rein Wasser platziert. Warum auch immer, ich, äh, verstehe es nicht, aber es ist auf jeden Fall so. Wenn wir uns in der Java Edition einen Cauldron, also einen Kessel schnappen, hier Lava hereintun und dann eine Feuerresistenz Potion rechtsklicken, passiert in der Java Edition gar nichts. Wenn ich das Ganze in der Bedrock Edition mache, einen Cauldron schnappe, Lava rein tue und jetzt hier Richtig drauf mache, dann erlischt einfach mal die Lava im Cauldron. Also es ist super komisch, warum das der Fall ist. Keine Ahnung, also hier trinke ich quasi nicht die Potion, sondern die Lava geht einfach mal weg im Kessel. Wenn ich in der Java Edition eine Feuerresistenz Potion mir schnappe, diese trinke und dann jetzt hier in diesen Kessel reinspringe mit Lava befüllt, dann brenne ich nicht, denn ich habe ja die Feuerresistenz Potion. Wenn ich in der Bedrock Edition eine Feuerresistenz Potion trinke und jetzt hier in so einen Lava Kessel reinspringe, dann, sehen wir, brenne ich einfach mal trotzdem. Es macht gar keinen Sinn. Ich habe ja hier diesen Feuerresistenz Effekt, aber sobald ich rausgehe, bekomme ich keinen Schaden mehr. Nur wenn ich wirklich im Cauldron drin bin, bekomme ich Schaden. Warum auch immer, keine Ahnung. Wenn ich in der Java Edition Items, zum Beispiel Emeralds, auf ein Boot werfe, seht ihr, die ganzen Items landen hier auf diesem Boot. Das gleiche gilt natürlich auch für andere Sachen, zum Beispiel irgendwelche Blöcke. Die landen auch auf dem Boot. Wenn wir uns in der Minecraft Bedrock Edition ein Boot schnappen, jetzt hier einfach mal Items draufwerfen, dann seht ihr, die fallen einfach mal durch das Boot durch. Also hier sieht man es nochmal ein bisschen besser. Wir sehen, man kann die Items einfach nicht auf das Boot draufschmeißen. Das gilt allerdings auch für andere Sachen, zum Beispiel Blöcke. Die fallen alle einfach mal durch das Boot. Ja, verstehe ich nicht, aber es ist so. Wenn wir in der Java Edition ein Endportal erstellen, das kann man ja ganz normal hier mit diesen wunderschönen Augen tun. Mit diesen wunderschönen Augen tun. Und wir sehen, bam, das Portal hat sich erstellt. Wenn wir jetzt allerdings diese Endportal-Rahmen abbauen, dann bleibt das Portal ganz normal noch hier vorhanden. Also wir könnten theoretisch immer noch ins End gehen, indem wir hier reinspringen. Wenn wir das gleich jetzt in der Minecraft Bedrock Edition machen und sein Endportal erstellen, dieses mit Augen befüllen und jetzt einfach mal hier diese Endportal-Rahmen weghauen, sehen wir, das Endportal an sich verschwindet einfach mal. Ich verstehe es einfach nicht. Also wirklich, wo ist da die Logik, Leute? Erklärt mir mal, warum gibt es so viele Unterschiede zwischen der Java und Bedrock Edition? Ich bin echt sprachlos. Wenn wir uns in der Java Edition ein Bett schnappen und die Zeit auf Nacht einstellen, einen Villager in das Bett reinlocken, jetzt einen Amboss auf ihn werfen, sehen wir, der Villager wird automatisch aus dem Bett herausgeschmissen. Und er geht wieder rein, lol. Also er wird immer wieder rausgeschmissen. Machen wir das gleich jetzt einfach mal in der Bedrock Edition und wir sehen, der Villager sollte jetzt auch jeden Moment schlafen gehen. Und wenn ich jetzt einen Amboss auf ihn draufschmeiße, dann geht er auch raus, lol. Okay, Moment mal ganz kurz. Das war jetzt eigentlich nicht geplant. Ich meine nämlich, wenn ich den Amboss, glaube ich, nicht so weit fallen lasse, dass er nicht rausgeht. Genau so war das, Leute. Ihr seht, der Amboss zerbricht einfach mal. Und in der Java Edition geht der Villager immer aus dem Bett. Hier nochmal der Beweis in der Java Edition. Wir sehen, bam, der Villager geht einfach sofort aus dem Bett heraus. Wenn wir in der Minecraft Java Edition uns einen Kessel schnappen, hier Wasser reintun und versuchen, das mit Farbmittel zu färben, dann funktioniert das Ganze nicht. Machen wir das gleiche in der Bedrock Edition. So sehen wir, können wir einfach mal die Cauldrons mit den verschiedensten Farben befüllen. Und das sieht meiner Meinung nach richtig, richtig nice aus. Ihr seht zum Beispiel, jetzt habe ich hier was hingeschrieben. Like einfach mal farbig hingeschrieben in Cauldrons. Also Leute, wenn das nicht ein Like-Wert ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Wenn wir in der Java Edition ein paar Copwebs haben und diese einfach mal ins Craftingfeld reintun, dann passiert gar nichts. Machen wir jetzt genau das gleiche in der Bedrock Edition. So sehen wir, wir bekommen einfach mal Strings heraus. Es ist der reinste Wahnsinn, warum das in der einen Version geht und in der anderen Version nicht. Komisch. Wenn wir in der Java Edition ein Nether-Portal erstellen und eine Enderperle dort durchschmeißen, dann sehen wir einfach mal, die Enderperle wird ganz normal geworfen. Also da passiert eigentlich, ja, gar nichts. Wenn wir das gleiche in der Bedrock Edition machen, so sehen wir, die Enderperle verschwindet einfach mal. Wir sehen, die ist einfach weg. Warum auch immer, keine Ahnung. Aber auch komischerweise nur, wenn man wirklich nah am Nether-Portal steht. Also, wenn ich mich ein bisschen entferne und die jetzt so werfe, dann werde ich, glaube ich, immer noch... Nee, doch nicht. Hä? Toll! Okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ihr seht, es macht keinen Sinn. Wenn wir in der Java Edition versuchen, Eis mit einem Feuerzeug anzuzünden, dann funktioniert das ohne Probleme. Und wir sehen, dieses Eis taut einfach mal auf. Machen wir das gleiche in der Bedrock Edition. So sehen wir, ich kann Eis einfach nicht anzünden mit dem Feuerzeug. Und selbst wenn ich hier das drumherum alles anzünde, seht ihr, dieses Eis taut einfach mal nicht auf. Also, was ist denn das für ein verrückter Unterschied? Okay, doch, jetzt. Nach einer Zeit. Aber wir haben gesehen, in der Minecraft Java Edition war es auf jeden Fall deutlich schneller. Wenn wir in der Java Edition einen Schneeball nehmen, diesen durch Lava werfen, wird er zwar angezündet. Also, ihr seht es. Bam. Der brennt zwar, dieser Schneeball, allerdings hat der einfach mal keinen Effekt auf zum Beispiel Mobs. Wir sehen, ich kann dieses Schweinchen einfach mal abwerfen mit ein paar Schneeballen. Aber es passiert nichts. Es brennt nicht an. Auch andere Tiere nicht. Zum Beispiel diese Kuh. Machen wir jetzt das gleiche in der Bedrock Edition. So sehen wir, ich kann auch hier einen Schneeball durchwerfen durch Lava. Und er fängt einfach mal an zu brennen. Aber im Gegensatz zur Java Edition fangen die Tiere auch einfach mal an zu brennen. Und das ist natürlich super, super krass. Warum das nur in einer Version möglich ist, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber ich würde mir sowas zum Beispiel auch in der Java Edition wünschen. Wenn wir versuchen, eine Kiste in eine Schalkerbox rein zu glitschen, mithilfe von einem Pisten, also in der Java Edition, dann seht ihr, das funktioniert einfach mal nicht. Denn der Pisten reagiert nicht. Und ja, machen wir das gleiche in der Minecraft Bedrock Edition. So bemerken wir, dass wir einfach mal eine Kiste in eine Schalkerbox reinpushen können. Und bam, wir sehen, das ist der Beweis. Die Kiste ist einfach mal in der Schalkerbox gefangen. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus, muss ich sagen. Ich kann aber auf die Kiste nicht zugreifen. Ah doch, es geht. Hä? Okay, ich habe das vorhin mal probiert, da ging es nicht. Komisch. Wenn ich in der Minecraft Java Edition Wände platziere und versuche Knöpfe da drauf zu platzieren, dann funktioniert das Ganze nicht. Wenn ich Knöpfe versuche zu platzieren in verschiedensten Positionen, dann funktioniert das in der Java Edition. Also ihr seht, das ist eher so horizontal. Das hier ist eher so vertikal. Und je nachdem, wie ich mich mit meinem Skin positioniere, kann ich die halt, ja, anbringen, die Knöpfe. Wenn wir das jetzt in der Minecraft Bedrock Edition machen, werdet ihr sehen, wir können einfach Knöpfe hier drauf platzieren, ohne Probleme. Es sieht auch super cool aus, wenn man sich zum Beispiel jetzt hier Steinknöpfe schnappt und die einfach mal hier oben drauf platziert. Also richtig, richtig nice. Aber was in dieser Edition nicht funktioniert, ist die Steinknöpfe oder generell Knöpfe auf dem Boden anders zu positionieren. Wir sehen, die werden immer nach oben hin positioniert, die Knöpfe. Egal, wie ich sie platziere, egal, wie ich mich selbst positioniere. Ja, außer ich platziere sie halt so an dem Block dran. Dann sind sie anders. Aber, ja, super komisch. Wenn ich in der Java Edition versuche, eine Schalkerbox hier zu färben, dann funktioniert das nicht. Egal, welches Farbmittel ich mir schnappe, es passiert rein gar nichts. In der Bedrock Edition kann ich Schalkerboxen tatsächlich einfach mal färben in den verschiedensten Farben. Und es sieht einfach mal super, super cool aus. Ich verstehe halt echt nicht, warum einige so coole Sachen nur in Bedrock oder nur in Java gehen. Also, keine Ahnung, es sind ja eigentlich die gleichen Spiele. Deshalb ist es umso komischer. Wenn wir uns in der Minecraft Java Edition Slaps schnappen und sie so positionieren, dass wir eigentlich nicht dran vorbeikommen. Also, ihr seht, wenn wir jetzt hier laufen, wir kommen ja hier nicht durch. Wir können allerdings in der Java Edition sneaken. Und dann sind wir einfach mal unter der Slap. Und so kommen wir quasi dann durch diese Slaps durch. Wenn wir in der Bedrock Edition versuchen, unter Slaps zu sneaken, dann kommen wir tatsächlich einfach mal nicht durch. Wo ich mir auch wieder so denke, hä, der Spieler ist doch nicht einfach gewachsen. Also, er ist doch genauso klein geblieben. Wo ist da die Logik? Wenn wir in der Java Edition einen Schalter nehmen und diesen umschalten, sehen wir, hier erscheinen einfach so rote Redstone-Partikel. Und in der Bedrock Edition sehen wir, erscheinen einfach gar keine Partikel. Egal, ob der Schalter an ist oder ob er aus ist, da passiert rein gar nichts. Wenn wir in der Minecraft Java Edition ein Glowstone-Portal erstellen, das einfach mal so aussieht, genau, und jetzt hier Wasser reintun, dann sehen wir, haben wir einfach mal ein neues Portal erstellt. Wir können auch reingehen und wir landen dann einfach mal in einer neuen Dimension. Wir sehen, wir sind einfach mal im Himmel angekommen. Machen wir das Gleiche in der Minecraft Bedrock Edition. So sehen wir, dass einfach mal gar nichts passiert, wenn wir einen Wassereimer hier reinpacken. Das mit dem Glowstone-Portal war auch in der Java Edition nur ein Prank. Das geht leider in beiden Versionen nicht. Allerdings wäre das natürlich super cool. Und die ganzen anderen Sachen sind allerdings wirklich wahr. Lasst natürlich wie immer einen fetten Like, dann lasst auch ein Abo da. Und ihr könnt jetzt gerne mal hier links meinen zweiten Kanal abchecken, denn ich weiß, ihr alle mögt ja Minecraft-Videos und da habe ich eine Minecraft-Animation hochgeladen. Deswegen unbedingt abchecken. Jetzt kommt, raufklicken. Let's go. Let's go. Let's go. Vielen Dank.